In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Die Vorteile des neuen Hybrid-Systems von Ferrari, Cat Alpins Teamchef nächste Saison in die MotoGP zurück, Mattia Pinotto lässt Rennen aus. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Ferrari hat seit dem Russland-Compress in Sochi ein neues Hybrid-System eingebaut. Zuerst bekam Charles Leclerc die neuen Komponenten in Sochi und Carlos Sainz dann in Istanbul. Der Teil der Neues sind die MGO-Car, MGO-H und die Batterie. Der Verbrennungsmotor bleibt so, wie er war. Da die Power-Units ab 2022 eingefroren werden, mussten sie Kilometer abspulen und Erfahrung sammeln. Das war der Grund für die Einführung der neuen Spezifikation. Mattia Pinotto erklärte, dass das neue System einen kleinen Vorteil bringt, er möchte das aber nicht in Rundenzeiten ausdrücken, denn das ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Es hat nichts mit der Wärmekraftmaschine zu tun, sondern die Energierückgewinnung, welches jetzt komplexer ist. Damit ist Leclerc in der Türkei auf P4 in der Qualifikation gefahren. Zeitlich schätzt Pinotto das neue Hybrid-System auf etwa 0,2 Sekunden pro Runde in Istanbul ein. Die Anzeichen für die Vorteile des neuen Triebwerks liegen nicht am Topspeed auf der Geraden, bei Leclerc lag das an der besonders niedrigen aerodynamischen Konfiguration. Es ist auch wahrscheinlich, dass das Aggregat nicht von einer Erhöhung der maximalen Leistung des Hybrid-Teils profitiert hat, da die MGO-Car, die mit den Hinterrädern verbunden ist, durch die Vorschriften auf eine maximale Leistung von 120 Kilowatt begrenzt ist. Die MGO-Car hingegen liefert keine Leistung an die Räder, sondern unterstützt den Turbolader bei der Verdichtung der Luft im Brennraum, wobei der maximale Druck durch die strukturelle Zuverlässigkeit des Verbrennungsmotors begrenzt ist. Laut Pinotto liegt der größte Vorteil an der besseren Effizienz des Hybrid-Systems. Die neue Batterieherstellungstechnologie sorgt für eine bessere Aufladung durch das Bremsen per MGO-Car und die umgewandelte thermische Restenergie in den Abgasen per MGO-H. In Maranello haben sie sich bemüht, die Energieverluste sowohl bei der Traktion als auch beim Bremsen zu reduzieren. Gerüchten zur Folge soll laut FormulaPassion.it eine Verdopplung der Batteriespannung dafür sorgen, dass die Übertragung gleicher elektrischer Leistungen von einer Komponente des Leistungszeits auf eine andere mit geringerer Stromstärke ermöglicht und damit die Verlustleistung reduziert wird. Beide sorgen für eine höhere Energieverfügbarkeit, da die beiden E-Motoren über einen längeren Zeitraum betrieben werden können. Also ist der Grund für die Verbesserung die Verlängerung der Zeitintervalle und nicht die Erhöhung der maximalen elektrischen Leistung. Auch am Thermomanagement der verschiedenen Komponenten wurde viel gearbeitet. Alberto Antonini berichtete auf FormulaPassion.it, dass sowohl die MGO-Car als auch die MGO-H verkleinert und so konstruiert worden sind, dass sie weniger Wärme vom Kühlsystem abfüllen müssen. Dieses führt zu kleineren Kühlern, das wiederum zu kompakteren Seitenwänden für eine bessere Aerodynamik. Dieses Element wird künftig große Kühlgitter im oberen Teil des Bauches im Bereich der Motorhaube öffnen, aber weiter hinten an den Seiten des Cockpits. Um die neuen Kühlergrids optimal nutzen zu können und den hinteren Luftauslass an der Motorhaube zu minimieren, müssen die Teams einen Kompromiss zwischen einer nach unten ausgehüllten Seitenwand und einer stärker abgerundeten Seitenwand finden. Die verwendete Motorhaubenspezifikation, welches von Rennen zu Rennen unterschiedlich ist, ist der einzige Maßstab für die Beurteilung der Kühlung im Ferrari. In Russland und in der Türkei fuhr Leclerc mit einer schmaleren Version, aber aufgrund des Regens in den jeweiligen Grands-Prix lässt sich nicht sagen, ob das etwas mit dem Hybrid zu tun hat, ob es weniger anfällig für die Überhitzung ist oder mit den kühlen Außentemperaturen zu tun hat. Richtig testen kann man das erst in Mexiko wegen der Höhenlage und anschließend im Nahen Osten. Davide Brevio kam Anfang 2020 von der MotoGP in die Formel 1, um dort den Teamchefposten bei Alpine zu besetzen. Der Italiener gab zu, dass es schwierig war, in die Formel 1 zu wechseln, nachdem er jahrelang erfolgreich das Suzuki-Team in der MotoGP leitete. Doch laut der großen und spezialisierten MotoGP-Publikation mojo.it könnte der Italiener nun zu Suzuki und in die Welt des Zweiradsports zurückkehren. Die japanische Führung von Suzuki sollte sich bis Misano entscheiden. Das berichtet der MotoGP-Korrespondent Giovanni Zamagni. Er sagte, dass Suzuki seit dem Abgang des Italieners um die Wettbewerbsfähigkeit gekämpft hat. Der Projektleiter Shinichi Sahara hat das halbe Fahrerfeld kontaktiert, um einen neuen Manager zu finden und das seit den letzten Monaten. Was meint ihr? Kehrt er zu Suzuki zurück? Schreibt es in die Kommentare. Matthias Benotto war vergangenen Grand Prix in der Türkei nicht vor Ort und laut eigener Aussage wird er mindestens zwei weitere Grand Prix auslassen, er plant dafür Mexiko und Brasilien ein. Der Grund ist die Priorität des Projektes 2022 und Laurent Mekies wird ihn dort vertreten. 2020 hatte er auch die Grand Prix von der Türkei und Bahrain ausgelassen, in Abu Dhabi fehlt der Wigenkrankheit. Er spart sich dafür Überseepflüge und wird dem Maranello das gesamte Team managen. Die Arbeiten am 2022er Auto gehen laut ihm in die kritische Phase. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Paul Schober und er schreibt, ich möchte dir gern ein bisschen Feedback zu den Newsfolgen geben. Ich finde es gut, dass die Newsfolgen jetzt vier bis sechs Minuten oder sogar länger sind. Wenn es aber keine kürzeren gibt, ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, jedes Mal zu erwähnen, dass es eine XXL-Folge ist. Du kannst dir auch gern mehr Zeit beim Sprechen lassen, es wirkt sonst ein wenig gehetzt und das ist etwas anstrengend. Ansonsten finde ich es echt klasse, wie du es machst. Ja Paul, Dankeschön für das nette Feedback, ich nehme die Kritik gerne auf und werde sie umsetzen. Die Sache mit der XXL-Folge war eher ein Versehen. Einmal hatte ich über 1200 Wörter zum Absprechen bzw. 9 Themen und da hatte ich XXL hingeschrieben. Danach habe ich es so stehen lassen, weil es immer noch über 1000 Wörter waren bzw. 5 Themen, aber seit dieser Folge habe ich das nicht mehr stehen. Was das schnelle Sprechen angeht, ja, ich versuche das ein wenig zu verlangsamen, so wie ich es in dieser Folge gemacht habe. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, was die Schwachstellen von Mercedes-Benz 12 und Red Bull RB16 sind. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao!